Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Session von Essence Creed Chronicles von China. All your tigers are dead. Only you remain. I'll take back what you stole from us. My box and my land. Now you plan to let Altan Kahn and his Mongolians through the Great War. Madness. You'd let those barbarians invade our home rather than lose your grip on power. They will not reach the wall. They will not reach China. I will stop now and then I am coming for you. Sie hat alle Tiger besiegt. Nur Zhang Yong ist noch am Leben. Doch bevor sie den Anführer der Tiger töten kann, muss sie erst seinen letzten Plan vereiten. Er beabsichtigt die von Altan Kahn angeführten Mongolen durch die Mauer in das Land zu lassen. Ein irrsinniges Vorhaben. Shaoyun kann das nicht zulassen. Sie muss die drei Torhäuser finden und die Tore schließen, bevor die Mongolen hindurch gelangen. So. Hier haben wir noch ein grosses Nebenziel, die Mongolen zu eliminieren. So. Also ja, dann geht es doch hier gerade los. Und zwar gleich mit dem Todessprung machen wir natürlich auch gleich. Zuerst machen wir die Syncho hier und dann den Todessprung. So. Dann haben wir hier vorne schon mal wieder diese Upgrades. Vielleicht brauchen wir diese ja auch irgendwann noch. Oh. Gott sei Dank konnte ich mich gerade noch verstecken hier. So. Oh. Der schaut aber schnell zurück. Oh lala. Okay. Also schauen, wie wir das machen. Ah. Ah, gut. Das ging gut. Das ging gut. Oh. Das ging sehr gut. Glück gehabt. Sehr gut. Nice. Okay. Okay. Die müssen wir ausschalten. Ah, das... Oh, da musste man aber schnell sein, du. Sehr gut. So. Diese Kiste haben wir schon geöffnet. Bei einem anderen Lauf. Darum ist sie da schon offen. Assassinen Gold. Sehr gut. So. Dann geht es hierher. Können wir mit Pfeifen holen. Das müsste ja eigentlich funktionieren. Yes. Ein bisschen Distraktion könnte mir hier helfen. Was? Sehr gut. Okay, gut. Jetzt haben wir schon mal... Oh. Was? Wer? Wer hat mich jetzt gesehen? Aber sicher nicht ihr. Nein. Jetzt habe ich doch das so gut gemacht. Dachte ich zumindest. Das dachte ich zumindest. So. Ich muss kurz warten, was die hier oben machen. Okay. Der kommt jetzt da wieder. Sobald der wieder weg geht, der nach runter guckt, muss ich das Attentat dann machen. So. Okay. Okay, 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 okay. Das ist schon mal gut. Das passt schon. Hauptsache... Hauptsache ist der schon mal weg. Die sind in Alarmbereitschaft, das weiss ich. Die Frage ist, können wir nachher... Gut, sehen tut er uns nicht. So, einfach mal... Tausend mal haben wir hier die Alarmierung. Okay, wir lassen es mal so. Er guckt wieder zurück. Nee, tut er nicht. Das geht halt so lange jetzt. So, jetzt hat er aufgegeben. So. Sehr gut. Müssen wir da... Ah, vielleicht können wir... Jawohl. Sehr gut. Dann können wir uns dieses... Teil hier holen. Ja. Gut. Sehr schön. Ja, leider nur Kriegerin Brosse. Leider. Ja, wir haben viel zu viel... Miss gebaut. Da können wir nicht nach oben. Ja. Ja. So, jetzt haben wir natürlich hier das... Ganze ausgelöst, den Alarm. Sehr gut. Jetzt haben sie aufgegeben. So, ich glaube, der macht nix. Dann können wir den auch... sehr gut. Okay. Huh. So, dann gehen wir hier weiter. Ich würde mal sagen, wir gehen da mal hoch. Aha. Ganz hoch können wir nicht. Aber vielleicht können wir... Ja. Den können wir, ja. So. Er guckt einmal... Guckt er nach hinten. Okay. Okay, gut. War jetzt auch nicht perfekt. Gehen wir hier nach oben. Wir gehen da... Oh, Gott sei Dank war jetzt da hinten niemand. Okay. Ja, gut. Hier hat es viel zum Auffüllen. Also... Wahrscheinlich schon das eine oder andere Male hätte man hier... Äh, halt. Da geht es nicht weiter. Hier. So. Dann haben wir hier wieder einen Sync-Punkt. Jawohl, Hammer. Sehr gut. Und den Todessprung. Ja. Wieder nur Kriegering Bronze. Ja. Es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Ich habe ein paar Sachen jetzt wiederholen müssen. Und... Äh, das habt ihr aber jetzt hier nicht gemerkt. So. Next one here. So. Wir gehen da ran. Ja. Uiuiuiuiui. Schnell weg. Schnell weg hier. Dann gehen wir nach oben. Ich glaube, die quasseln da. Dummerweise muss ich da hin. Wir machen die Attacke. Nehmen ihn auch gleich. Und entsorgen ihn da hinten. Dann ist er mal aus dem Rennen. sehr gut. Ja gut. Schnell warten, bis der da... Uiuiuiui. Fertig kontrolliert hat, wollte ich gerade sagen. Und der hat mich fast entdeckt hier. Das ist gut. Gut. Den nehmen wir mit. Den legen wir hier ab. Weil hier drinnen bietet uns keiner. Dann holen wir uns das Animus-Teil hier. Und jetzt werden wir schnell sein müssen. Ne, warte mal. Vielleicht könnten wir... Yes. Sehr gut. Okay. Wir sind nicht entdeckt worden. Das hat alles geklappt. So, jetzt gehen wir hier... Aha. Da unten hat es noch eins. Wie komme ich da... Ah. Oh. Ja, nice. Okay. Sehr gut. Und dann rüberspringen. Zack. Oh, warte. Jawohl. Komm, das holen wir uns auch noch schnell. Sehr gut. Gut. Ja, nice. Hat doch wunderbar geklappt. Und Assassinen-Gold. Das ist gut.